6 Minuten Leute, Nighthaven Packs Was? Warte, ich schick euch ein Bild Ich hab grad das Game angemacht und da war das Ja, das kenn ich noch Echt? Was ist das? Oh, Nighthaven Nighthaven, R&D, keine Ahnung R&D? Nighthaven Nighthaven R&D? 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 Aufmachen Sind die grad da oder was? Wie gesagt, ich hab wen, aber andere wahrscheinlich nicht Ja, wahrscheinlich wegen der Maintenance ist grad Boah, kann man direkt noch ein Video machen, Kylo hat gefüllt Jaja, die Packs sind da, die Packs sind da Seid mal die Kollektion Okay, es wird nachher downtime geben Die Packs sind da, die Packs sind da, die Packs sind da, nananana Was ist das für ein Event? Leute, ich glaub, es gibt zur Zeit ein paar Probleme mit diesen Alpha-Schmörkels Auf jeden Fall hab ich beim anderen Account noch Rook gezogen und ja So sehen die Packs halt aus Kann man machen Muss man aber nicht Kann man machen, muss man aber nicht Wir haben im Januar Anna ist schon über uns Wir haben sich oben Ja, ja Wir müssen hier weg, weil die würden wahrscheinlich fusen Nice? Aber Mr. Crawler angehört Hast du dich so geil angehört Hast du dich so geil angehört Oben, ne? Oben, ja Safe Wollen wir alles zusammen nach oben gehen? Können sie hinhalten? Ja, hier schon Alter Hi Ich dachte, das wäre ein Gegner Aber hier ist noch einer, hier ist einer, Julian Und Sledge ist hier auf jeden Fall Sledge über mir Ein VIP Oh geil Guck mal, guck mal die Linie Guck mal die Linie Guck mal die Linie Boah, was? Wie hast du es gemacht? Ein Hauch von Tönen Wo wir es ausziehen Wo wir es ausziehen Wo wir Der Monimö Habt ihr den im VIP? Nein Ist da keiner? Ja Einer ist tot oben Schön Blündere mitnehmen Esch ist auf der Treppe Welcher? Bei mir hier Weil ich weiß nicht, wie die heißt Hier ist das Die piekert auf mich Wo ist die alte? Ich hab sie Ah man, ich wollte Ich hab grad den Außenmarktmove gemacht und so zurückgenommen Außenmarktmove? Den Außenmarktmove Den Außenmarktmove Den Außenmarktmove Ich hab hier ein Loch gemacht und wollte einfach Afrofon rumgehen Außenmarktmove Komm Julian, der war nicht schlecht Der Moog, der hätte funktioniert, oder? Wass du? Ich war hier hin, die hat mich festgesetzt, stand hier Junge, was macht der? Geht einfach hier rum und den getötet. Easy gewinnt, oder? Okay, jetzt darfst du mir nen Headshot geben. Ey, was für ein Du-Kopf, ohne Witz. Die man darf jetzt. Was ist denn der? Der ist ne Kali, weiß ich nicht. Drin, drin, drin! B, B, B! Nein! Boah! Jungs, gönnt euch! Gönnt euch! Kali ist OP! Hahaha Junge Alter, war das knapp. Pfff! Nice! Ah, platzieren wieder. Geh weg, Yannis! Da hat er brechen. Bei Ausreiz, Tatscha Fömmert. Hast du ein Geräusch? Megalock! Mann, der geht vor. Slash! Nicht movement! Slash! Der ist nicht von uns. Okay. Die kommen über Wine auch. Da bleibt noch Wine dann. Habt ihr das? Ich bin bei Wine noch. Ich bin noch bei Wine. Du hast hier Israel. Ja. Oh mein Gott! Lobby. Wenn du von Slash komm. Lobby? Das ist ein Lobby. Fireplace. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Fireplace, ja. Boah! Oh, rabaft! Hm. Was war's? Letch? Letch dead. Einer ist noch oben. Alter, wir haben echt jede Cam kaputt, ne? Ja. Wer ist One-Shot? Ja. Der Typ. Beide vorm Reach? Oder was? Ja. Na, One-Shot ist kein Clash. Wir müssen ja gleich kommen. One-Shot nicht für Clash. One-Shot für normale Waffe. Warum? Geht raus. Warum? Komm rein. Den Elton, den Elton, den Elton, den Elton. Niko, nicht, ne! Niko, warum? Er ist drin, der Planet, Niko. Ach du Scheiss. Das hat mich so editiert, Alter. Das ist, das ist, das ist, das ist verbuggt. Ne, das ist, das ist geflogen. Nein, das ist, du hast es im Glas, glaub ich, gegen den Kopf geworfen. Ne, bei mir ist das wirklich, ohne Witz. Ich kann das auch, weil ich nehm das auch bei mir. Das war Anti-Schwerkraft. Das ist einfach an die Luft geflogen. Bei mir ist das safe über seinen Kopf geflogen. Danke, Jungs. Sorry! What do you mean? Capcom war wieder eben drin. Hast du dir das vom Flank hingestellt? Ne. Der ist im Barthroom. Capcom ist im Barthroom. Ne. Ist ja recht egal. Die Weltcam, hast du dich schon wohl am Schrank? Ne. Ne. Ich habe die Infusion. Die Marke hat alles klar. Ich habe die Yellow. Oh! Oh! Proud death. Rotation! Ich habe die... Sch***. Bitte, nicht den Lesion. Bitte, nicht den Lesion. Komm mal. Oh, mein... Yo. Du denkst, Lesion ist OP oder nicht? Es ist definitiv OP. Junge, wie talkst du eigentlich mit mir? Jetzt wieder A? Ah, A drin. Endet wahrscheinlich schon. Hä? Oh Mann. Oh Mann! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh Mann! I.T.F. Junge! Warum schießt ihr auf den? Oh Mann. Was machst du? Wo ist Amaro? Heute noch? Guck mal an. Silas! Lauf doch, das ist die Nate, das ist Nate! Mann! Du schaffst! Mann! Was ist hier läuft? Was? Alter! 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 Du bist hier! Alter! Du hast einfach... Dieses... Was? Oh, ich glaube an dich, du Kacke. Was ist das? Wer sieht das? Junge... Puze! Wie gut ist er weggegangen? Der ist tot! Wer hat ihn gekillt? Ja, ja, der ist tot! Der... Random hat ihn getötet. Wird geflankt. User joined your channel. Er plantet unter dem Hedge, glaube ich, oder sowas in der Nähe. Nein! Die sind... Ja. Hedge stopper einfach. Nein, er soll einfach irgendwas machen. Ja. Ja. Blatt! Er hat den Head genommen. Ist hier immer noch... Oh. Fuse are located. Timo! Was? Ich weiß. Wie ist das? Nein! Oh mein Gott! Ich hätte gedacht, der wäre rechts. Wo hat der Fuse eigentlich eben? Digga. Er dachte, die haben von oben geschossen. Nein! Du bist so ein... Dulli. Noiice. No meeeet. Du kannst mir sagen, was er planen hat. Ich könnte es denneiden. Du bist rechts, rechts, rechts. Oh! Ich dachte, ich habe ihn... Ich dachte, ich habe ihn hier durch... Ähm... Ich habe viel gemacht, die Runde. Was ist das? Ich muss eigentlich einen Nade hochfassen und die WM... Ah ok, ich habe keine Nade. Die WM war auch da. Ah, ich habe ihn gesehen. Hätte er gehört. Links! Links! Oder? Down. Er ist noch... Troll-team oder so. Ah! Ich dachte gerade, das wäre jemand. Er ist down-team. Oben. Dann talkst du in-game. Was ein Ehrenmann. Digga, du bist gemudelt die ganze Zeit. Ach so! Lol! Mach Fähigkeit. Mach Fähigkeit. Hab ich nicht. Ich. Such den Erdscher von dir. Du hast auch... Gib ihm doch das Ding wieder. Wie eben. Oh! 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 Oh!